Hallo! Schau dir einmal diese Weltkarte an. Wo glaubst du, kommen diese Tiere her? Tiger, Elefant, Eisbär, Schimpanse, Gilbon, Giraffe und Löwe. Und, kannst du alle zuordnen? In diesem Video geht es um Säugetiere im Zoo. Du wirst mehr über die Lebensweise vieler Tiere auf der ganzen Welt erfahren. Wir werden uns anschauen, was artgerechte Tierhaltung heißt und welche Rolle Zoos im Tierschutz spielen können. Beginnen wir mit einem Rundgang durch den Zoo. Die Tiere haben ganz unterschiedliche Lebensweisen. Elefanten zum Beispiel ziehen in großen Gruppen umher, die von einem Weibchen angeführt werden. Nur dieses kennt die besten Wasser- und Futterstellen. Bis zu 20 Stunden verbringt ein Elefant mit der Suche nach Gras und Blättern, von denen er bis zu 150... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu verorten. Probiere es am besten, wie viel Öffn. Probiere es am besten, wie viel Öffn. Probiere es am besten mit dem Anh